also sniper ist natürlich hier mit null equipment noch richtig schwer sagte er und macht einen quickscope discounts der war geil keine ahnung 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Oder auch da kann man ihn reinschießen, ist natürlich toll Ja Nicht schlimm, muss man aber nur einen Rückkriegsen. Ja, wenn man es mal hinkriegt. Warte, du meinst ja. Ich weiß nicht, es gibt's doch nicht, wenn... also... ...eine Mates bin ich jetzt hier viel blind oder blödsinn, ey. Was ist denn, dass die Meden, die Gegner stehen? Dieser Passivsaun, dass ich jetzt gerade was mache. Blau das... Okay. Ich höre keine Steps, ich höre die Schüsse fast nicht. Hauptsache, ich höre den Sound so, ah, du bist auch im Spot. Das ist eine Motore, singen wir, oder was ist das alles? Ich weiß nicht. Oder der Monitor. Keine Information, ey. Wenn der Monitor zu groß hätte, wäre man scheiße. Ja, aber... Dann kommst du ja mal gegen den Kino, dann kannst du den Zeiss oben und unten rum. Was ist denn, was wir uns machen, was wir das machen? Und jetzt kommt das gleiche. So. So. Vielen Dank.